Willkommen beim Finanz- und Wirtschaftsbörsencocktail. Mein Name ist Jan Schwalbe, ich bin der Chefredaktor von Finanzwirtschaft und nebenzu noch meine Kollegin Silvia Walter. Hallo Jan. Schön, dass du da bist. Wir geben euch sonst immer Anlagetipps, und das machen wir dieses Mal auch. Und dieses Mal geht es noch ein bisschen spezieller. Wir haben im Moment das Finanz- und Wirtschaftsbörsenspiel, wo ganz viele Spieler, sind im Moment ungefähr 10.000, gegeneinander antreten. Und da können Sie auch noch mitspielen. Und da haben wir unsere Favoriten ausgesucht. Und Silvia, du verrätst deine gleich mal am Anfang. Einfach so. Ui. Okay, prima. Ja, also ich habe mir ein Portfolio zusammengestellt aus sieben Titeln. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo passt das Momentum? Das hast du, glaube ich, auch im Auge gehabt. Welche Firmen könnten potenziell von einem schwächeren Franken profitieren? Und ich wollte noch einen Pennystock drin haben. Und ja, das ist soweit ganz gut aufgegangen. Aber wer zuletzt wacht, wacht am besten. Wir werden dann abrechnen zum Schluss. Und welche Titel hast du? Das sind ABB, Klariant, Holzim, Geberit, dann den Pennystock, einmal ist Osram, dann habe ich Sika und Roche. Sieben, the lucky seven hoffentlich für dich. Die glorreichen sieben mal auf andere Art. Ja genau, hoffentlich. Und im Moment, da darf man nicht verschweigen, Silvia, nach einer Woche ist also ganz, ganz weit vorne dabei. Also Ihre Tipps laufen im Moment besser als meine. Meinen kommen dann noch ganz am Schluss. Nicht, weil sie besser sind, sondern so ein bisschen, ja, es lohnt sich vielleicht dran zu bleiben. Aber Silvia, wir wollen uns erst mal um die Börse selbst noch kümmern. Und da fällt mir im Moment auf, die Zinsen stehen immer noch so ein bisschen im Mittelpunkt. Und es ist schon wahnsinnig, wie falsch das Experten liegen können. Anfang Jahr war es noch ganz klar, wenn man nach Amerika geschaut hat, es gibt fünf Zinssenkungen bis Ende Jahr. Da gab es sogar Leute, die noch mehr erwartet hatten. Und dann so Schritt für Schritt hat man das zurück buchstabiert. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, es gibt gar keine mehr. Es gibt Leute, die sagen, eine, vielleicht zwei. Das ist schon extrem. Und das hat in den letzten Monaten, wie ich finde, die Börse vielleicht so ein bisschen gelähmt. Seit März haben wir die Kurse nicht mehr nach oben driften sehen, so ein bisschen zwischendurch. Im Moment haben wir auch gerade wieder einen guten Run. Was ist denn nun wirklich mit den Zinsen, wenn wir nach Amerika schauen, Silvia? Ja, das Fett ist natürlich jetzt nicht in einer Eile, um die erste Leitzinssenkung zu machen. Das sagt natürlich nicht. Warum? Natürlich, weil die Inflation nach oben überrascht hat. Das hat die Fett, glaube ich, auch auf dem falschen Fuß erwischt. Das hat die Futures-Märkte auf dem falschen Fuß erwischt. Da wurde dann wieder ganz viel ausgepreist an Zinssenkungen. Der Markt schießt sich jetzt so ein bisschen auf zwei Leitzinssenkungen ein. Aber ganz klar, der Juni ist vom Tisch. Im September soll eine Leitzinssenkung kommen. Das ist mehr oder weniger voll eingepreist an den Terminmärkten. Bis dahin muss das Fett aber tiefere Inflationsraten sehen und idealerweise vielleicht auch ein Arbeitsmarkt, der weiter schwächelt. Das würde sicher helfen, um hier die Zinssenkungsfantasien wieder etwas zu beflügeln und eben das Fett sagt ganz klar, Inflation ist noch nicht auf dem Ziel mit 3,4 Prozent. Sie steuern 2 Prozent an. Das ist für das Fett noch zu hoch. Du sagst helfen, weil die generelle Bauernregel ist ja immer so ein bisschen, wenn die Zinsen fallen, dann werden Aktien interessanter, weil es weniger Rendite auf die Obligationen gibt. Und dann sind Aktien wieder spannender, weil man kriegt da mehr schon auch rein von der Dividendenrendite zum Beispiel her. Ist das denn dieses Mal auch so? Wir gehen so ein bisschen in eine langsamere Phase von aufstrebenden Kursen oder wie siehst du das, wenn man rein auf die Börsenkurse schaut? Naja, wir hatten die Leitzinssenkung, hatten wir aber wir hatten gleichzeitig auch eine Bewegung am langen Ende der Zinskurve. Das heißt, die Obligationen wurden kurzfristig schon noch mal attraktiver, auch verglichen mit der Aktienrisikoprämie, die man bekommt. Und insofern ist das in diesem Jahr wirklich ein Hin und Her, getrieben durch die Zinsängste auch. Aber ich denke, langsam müsste mehr Unterstützung dann jetzt wieder reinkommen. Vor allem auf der europäischen Seite, wo möglich, weil die EZB kommt am 6. Juni. Und da wäre der Markt wirklich sehr enttäuscht, wenn die Leitzinssenkung nicht kommt. Es gibt ja eine Nationalbank, die hat das schon alles gemacht. Die hat sozusagen schon mal gezeigt, wie es geht. Das sind wir hier in der Schweiz. Also ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Das ist schon eine Weile her. Im März. Im März. Also das war ganz allein, wenn man so will. War das jetzt im Nachhinein zu früh? Oder hat man einfach das Richtige zur richtigen Zeit gemacht und sich nicht leiten lassen jetzt noch von der EZB oder gar vom FED? Also meiner Meinung nach war das Gold richtig. Und ich muss sagen, wir hatten, glaube ich, kurz vorher auch einen Börsencocktail. Und ich habe mich dann nachher geärgert. Eigentlich hätte man das fast erwarten können. Die SMB ist proaktiv. Es ist nicht das erste Mal, dass sie voranpreschen. Die Preisstabilität war schon seit letztem Sommer gegeben. Also ihr Mandat war erfüllt. Wir sind jetzt auch bei einer Inflationsrate von 1,4 Prozent. Und die erste Leitzinssenkung im März hat nochmal etwas Entlastung auf den Franken gegeben. Der hatte schon abgewertet seit Jahresbeginn. Insofern denke ich, haben sie alles richtig gemacht. Und das wird auch nicht die letzte Leitzinssenkung gewesen sein. Ich denke, da kommt im Juni auch nochmal etwas. Die SMB hat am 20. Juni, glaube ich, die Sitzung. Das FED ist eine Woche vorher und nochmal eine Woche vorher die EZB. Aber für die SMB ist auch wichtig, nochmal zu schauen, wie ist die Mietpreisentwicklung. Das kommt im Juni, also vor der Sitzung. Wenn sie dann Bestätigung haben, denke ich, liegt dann schon nochmal eine weitere Leitzinssenkung drin. Aber ja, wir hätten es antizipieren können. Hätten wir können. Hat mich geärgert. Für uns gut und sehr, sehr lange. Jetzt, der Leitaktienmarkt ist, auch wenn das viele Leute manchmal nicht wahrhaben wollen, ist einfach doch der amerikanische Aktienmarkt. Ich glaube, ohne dass wir so eine richtige Aufwärtsbewegung in Amerika sehen, wird es auch in der Schweiz und in Europa, und da kommen wir, glaube ich, noch dann dazu, nicht zu dieser Aufwärtsbewegung kommen. Und deswegen die Frage, wie sieht es denn aus in Amerika? Wenn ich jetzt so auf die Unternehmensgewinne schaue, dann sehen die auf den ersten Blick, was so die Gewinnerwartungen und das Übertreffen der Gewinnerwartungen anbelangt, ziemlich gut aus. Ist das denn nun wirklich Grund zur Freude oder kann man da noch mehr rauslesen? Ja, ich denke, diese Host, die wir gesehen haben oder noch immer sehen teilweise in den USA, im S&P 500, im Nasdaq sowieso, die war ja lange Zeit sehr dünn und ist jetzt etwas in die Breite gegangen. Aber mich hat schon überrascht, vor kurzem habe ich eine Grafik gesehen, die zeigt, wie die Gewinne sich entwickelt haben im S&P 500 im ersten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und da ist es anscheinend so, dass fünf Titel ein Gewinnwachstum ausgewiesen haben von 64 Prozent und die restlichen 495 Titel hatten im Schnitt eine Gewinnschrumpfung um 6 Prozent. Also das ist schon nach wie vor eine Sache, die gibt mir kein gutes Bauchgefühl bei dieser Rallye. Da denke ich, das ist mir noch nicht weit genug. Das ist nicht statistisch, finde ich. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. 495 Aktien, das heißt wirklich, das Gros, auch wenn vielleicht unter denen einige dabei sind, die den Gewinn gesteigert haben, aber wenn man den Schnitt sieht, dann sind das im Vergleich zum Jahr zuvor eigentlich schlechte Nachrichten. Ja, für mich, also mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht so, wie es sein sollte. Und erschwerend kommt hinzu, heute kommt noch Navidia, wichtiger Termin, heute Abend nach Versenfluss. Erst morgen schauen, dann ist Navidia schon durch, aber absolut, wenn die schlecht vorlegen, dann muss man sich ein bisschen warm anziehen. Und nur ein Zwischentipp, Silvia, falls die schlecht waren, kaufen Sie Navidia nach. Aber wieder back to you. Ja, wenn man halt ins S&P 500 anschaut und dann den Russell 2000, der viele kleine und mittlere Unternehmen drin hat, da ist ein großer Gap, also die Kleinen kommen gar nicht mehr mit. Und das zeigt mir schon, dass vielleicht substanziell in der US-Wirtschaft doch nicht alles so rund läuft, wie uns jetzt der Nasdaq oder sowas vermitteln möchte. Weil auch die Unternehmensumfragen bei den kleinen und mittleren Unternehmen sind nicht so blendend. Die leiden unter den gestiegenen Zinsen, also die finanzieren sich größtenteils nicht am Kapitalmarkt. Die müssen viel höhere Kreditkosten zahlen und die spüren das natürlich schon. Also ich denke, so eine Wachstumsverlangsamung vom Bruttoinlandprodukt her in diesem Jahr wird wohl stattfinden oder beziehungsweise hat bereits stattgefunden im ersten Quartal. Eine kleine Lanze möchte ich für die Mittleren und Kleinen dennoch brechen. Wenn man statistisch schaut, wie du sagst, die kommen eigentlich nicht mehr mit. Im Moment ist dieser sogenannte Gap zwischen den großkapitalisierten und den kleinkapitalisierten Unternehmen so groß, dass in der Vergangenheit, wenn der Unterschied so groß war, ich glaube ich in ungefähr 90 Prozent der Fälle die kleineren, die grösseren outperformed haben, also bessere Renditen gebracht haben. Also deswegen, glaube ich, lohnt es sich auch in Amerika und wahrscheinlich gilt das Gleiche auch für die Schweiz, so ein bisschen den kleineren mal auf den Zahn zu fühlen, denn da ist noch einiges verborgen, was sich vielleicht in den Kursen noch nicht so richtig spiegelt. Ja, also ich denke vor allem in Europa, das hat wirklich Aufholpotenzial. Ich bin nicht so negativ eingestellt, weder für die europäische Wirtschaft noch für den europäischen Aktienmarkt. Auch wenn ich die Bewertung anschaue, so im Schnitt der Stocks Europe 600 mit dem KGV von 14 bis 15 und bei den USA sind wir eben doch über 20 und die kleineren und mittleren kommt jetzt da eine leichte Konjunkturerholung. Die sollten das schon mitbekommen, zumal eben die EZB wahrscheinlich die Zinsen senken wird. Und das hilft dann auch gerade den KMUs in Europa doch noch mal ein bisschen weiter. Also du brichst eine Lanze für Europa, interessant. Ich bin nicht ganz so positiv für Europa. Ich denke in Amerika, du sagst, sie sind 20, 20 ist nicht wahnsinnig teuer für amerikanische Aktien, aber ich bin jetzt auch nicht so superbullig. Also ich würde sagen, und das haben wir in einem der letzten Cocktails auch gesagt gehabt, da habe ich gesagt, es gibt eine zweistellige Prozentzahl für 2024. Wir sind in Amerika da schon drüber. Also wir sind irgendwo bei 12 Prozent seit Anfang Jahr. Also von dem her, das Eis und die Luft werden schon dünner. Also das muss man schon sehen, außer man rechnet mit 25 Prozent in einem Jahr. Und da kommen wir glaube ich nicht hin. Also ein bisschen vorsichtig sollte man sein. Und wir halten euch oft auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Jetzt hatten wir am Anfang versprochen, dass es noch ein paar Aktientipps mehr gibt. Und das wären die Aktientipps vom Börsenspiel von mir. Ich habe eine richtige Momentum-Only-Strategie gewählt. Das heißt, ich habe geschaut, welche Aktien sind in einer Aufwärtsbewegung, mittelfristig und kurzfristig. Und mir dann noch überlegt, welche von diesen Aktien oder beziehungsweise welche von diesen Unternehmen finde ich wirklich gut. In den ersten anderthalb Wochen vom Börsenspiel hat das noch nicht so richtig funktioniert. Ich bin zwar leicht im Plus, aber keineswegs irgendwo so weit vorne, wie Silvia ist. Vielleicht hilft das ja, so nach dem Motto, es kommt da noch. Also Sie haben noch nichts verpasst. Und deswegen möchte ich Ihnen einfach mal die 10 Aktien, ich habe 10 Aktien ausgewählt, jeweils zu 10 Prozent gewichtet, einfach mal vorlesen. Das sind alle Schweizer Aktien und das fängt an mit Acceleron, das ist Schindler, das ist ABB, das ist Basilea, Abonia, Cosmo, Givaudan, Sando, Swissquote und zu guter Letzt, den hast du auch drin gehabt, Klariant, mit dem wir beide so ein bisschen kämpfen, aber wir sind beide davon überzeugt, dass Klariant eine große Zukunft hat. Ob es nun in den nächsten sieben Wochen vom Börsenspiel der Fall ist, wir werden es sehen. Ja, wir haben zwei Überschneidungen, ABB und Klariant. ABB und Klariant, das hoffen wir beide, dass die besonders gut laufen. Vielleicht geben wir in einem der nächsten Börsencocktails noch ein Update. Wenn wir nicht so gut performen, werden Sie es einfach unter den Teppich kehren. Machen wir natürlich nicht, aber spielen Sie mit Börsenspiel.fuw.ch. Hier übrigens, Sie haben gedacht, dieses Mal bringen wir noch eine Finanz und Wirtschaft in Print mit. So sieht das aus, für die, die es nicht kennen. Auf fuw.ch kriegen Sie alle unseren tollen Artikel. Wenn Ihnen beim Cocktail was nicht gefallen hat oder Sie irgendein Thema ganz besonders behandelt haben möchten, vielleicht auch eine Aktie per se, sagen Sie es uns in den Comments unten. Und ja, das war es dann glaube ich wohl, oder? Für dieses Mal ja, denke ich. Dann tschüss zusammen und bis bald.